Es war fantastisch. Ich konnte in dieser kurzen Zeit so viel profitieren. Mireille hat von ihrem grossen Wissen und ihrer grossen Erfahrung in diese kurze Zeit alles reingepackt. Ich hatte sehr grosse Erwartungen und ich muss sagen, sie hat sie alle erfüllt und sogar übertroffen. Ich habe es zum Teil unterschätzt. Moderieren ist nicht so einfach, wie es klingt. Es ist ein Knochenjob, den man im Mund beherrschen muss. Ich bin bereit, das alles anzuwenden und ich bin Mireille sehr dankbar, vor allem für das grosse Highlight, das wir hatten, nämlich Herrn Kurt Eschbacher. Wir durften ihn interviewen und profitieren von seinem grossen Know-how und seiner Persönlichkeit. Sehr, sehr toll!